Der müsste schon 10 Jahre alt gewesen sein, 10, 11 Jahre. Also, konntest jede Wammer große Schutz nehmen? Hey, Toffe. Ja, zeig mal, was hast du hier alles? Kühlschrank. Kühlschrank? Ja. Okay. Ja, was hast du für Filme? Filme. Toffe. So, schau mal die Filme. Ja, also das ist der beste, Death Race 2000. Das ist ein Death Race, der ich eigentlich vorher habe. Hey, guck, ich habe ein neues Handy. Motorola, Dive. Motorola Dive. Ja, erzähl mal eine Geschichte. Tolle Seranische Jacke eigentlich, ich will die auch. Ja? Jacke, die will ich auch. Jacke. Die habe ich seit 2007, seit Konfirmation. Ist dort auch drauf? Ja, ja. Mit dir. Tja. Erzähl mal eine Geschichte so. Was ist letztens passiert? Die, die erzähl die, wo du durch den Wald gelaufen bist, wo du nach Romer laufen wolltest. Ja. Ja, da wollte ich sie so fest davon. Da habe ich in einem Wohnzimmer. Da habe ich noch ein Graschen. Da habe ich in einem Busch. Das hat mich nicht mehr als Wagengrunde. Und dann rennt sie ein Dreh raus. Und auf einmal stehst du ein Diego. Kann mich voll nachschauen. Hast du den hier gesehen? Ja, noch um die 10. Hast du den hier gesehen? Ja. Film mal die Sachen. Film mal die Sachen. Ja. Was hast du noch so? Was hast du noch so hier? Ja. Fangen doch bitte rein. Ja. In dem Zeitpunkt war das schon eigentlich geläufig, was da abgeht. Ne? So. Man hat jetzt zwar nicht klar im Bild sich vor Augen, was da passiert. Ne? Aber man weiß, da ist jemand, der bezahlt...